29. August 2001 Mutter Gottes Meine lieben Söhnenden Kinder, Immer wieder rufe ich euch von Neuem zur Liebe und zur Söhne auf, weil dies wichtiger ist als alles andere. Meine Kinder, wenn ihr betet, verbindet ihr euch mit dem Gott der Liebe und des Erbarmens. Wie innig und dauerhaft diese Beziehung ist, das hängt von euch ab. Wenn ihr betet, lernt ihr Gott und seinen heiligen Willen besser kennen. Ihr lernt ihn mehr zu lieben und erfüllt so leichter seinen göttlichen Willen. Im Gebet findet ihr Ruhe und Frieden. Liebe und Freude erfüllen euer Herz. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 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 Vielen Dank.